Hallo und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 16. Wir nähern uns langsam, aber sicher dem 24. Dezember, aber bis zum 24. sind ja noch ein paar Tage. Heute haben wir anscheinend eine hübsche, türkisgefärbte Schleife vor uns mit, weiß nicht, zwei Glöckchen, nehme ich an, soll das Gelbe darstellen. Tja, mal sehen wer heute gewinnen wird und wie das Zimmer von innen aussehen wird. Ich hoffe, das Video macht euch Spaß und ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020